Hallo liebe Leute und Power Rangers Fans, willkommen bei der letzten Review zu den Power Rangers aktuell auf dem Kanal. Ja, das ist die letzte Figur, die mir freundlicherweise von Hasbro zur Verfügung gestellt wurde. Schönen Dank an Hasbro an dieser Stelle. Mal sehen, ob da noch weitere kommen, das kann ich momentan noch nicht sagen. Bis jetzt habe ich nur die vier gehabt, drei sind schon auf dem Kanal. Das ist die letzte Review, vorerst zumindest. Die nächsten Wochen könnt ihr euch auf neuen Overwatch Content freuen. Siehst du wohl. Also, ja, was ist das für ein Ranger? Ich muss es ablesen. Beast Morphus Gold Ranger. Ja, man will ja auch nichts falsch machen, nicht? Der Beast Morphus Gold Ranger. Ich sehe schon, die Figur sieht ziemlich interessant aus. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns mal kurz an, wie das ganze Boxdesign ist, wie immer. Eine offene Box. Man kann die Figur sehen. Sehr schön. Hier seht ihr schon den zweiten Kopf. Dann haben wir, wie immer, dieses Artwork so über Eck. Was witzig ist, das ist mir bei der letzten Figur schon aufgefallen, das Artwork ist farblich anders als die Figur. Seht ihr das? Ich meine, klar seht ihr das. Seht ihr nicht blind, nicht? Das ist auch hier mal ein bisschen optisch anders. Sollte eigentlich, ja, eigentlich in Gold sein. Hier ist es eher so ein bisschen orange. Das finde ich merkwürdig, aber naja, gut. Wir nehmen das mal so hin. Auf der Rückseite seht ihr, wie immer, die Figur komplett. Und dann wollen wir uns den Power Rangers aus der Lightning Collection mal genauer ansehen. Ich bin sehr gespannt, ob er sich genauso gut schlägt, wie die anderen Kollegen aus der Reihe. Schauen wir uns den Beast Morphers Gold Ranger mal aus der Nähe an. Ich mag die Farbgebung hier. Dieses Gold-Schwarz-Silberne. Das sieht einfach richtig toll aus. Schaut euch mal an, wie das reflektiert und glänzt. Ganz, ganz toll gemacht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiges Plus bei der Figur. Auch den Helm finde ich toll. Sieht super aus. Erinnert mich an meine Vergangenheit, an die Kindheit. Denn damals hatte man so Roboter, die hatten auch so ähnliche Helme. Das sieht super aus. Ganz, ganz toll gemacht. Sehr, sehr cool. Dann gibt es hier so ein Schulterpolster. Die sind aus einem weicheren Material. Und hinten zusammen, theoretisch könnte man sie ihm auch abnehmen. Müsste man ein bisschen fummeln, dann würde das wahrscheinlich gehen. Ansonsten, der Gürtel hier, der ist auch aus einem weicheren Material, aber an mehreren Stellen festgemacht. Man sieht hier auch schön die Details. Man hat hier das Emblem der Rangers sozusagen, sein Emblem vorne mit drauf. Das ist cool. Genauso wie hier oben. Da sieht man das auch. Da ist das auch mit drauf. Ziemlich cool gemacht. Ansonsten wieder sehr schön die ganzen Faltenwürfe, die dann halt noch so einen Schatteneffekt erzeugen. Das Reflektierende von dem Gold gefällt mir sehr, sehr gut. Und schaut euch mal die Stiefel an, wie detailliert die sind, wie cool die sind. Das ist richtig mega cool. Diese ganzen Teile, es sieht so aus, als könnte man da alles bewegen und alles verändern. Und das ist einfach ziemlich genial. Keine Ahnung, warum der so Stiefel hat. Ich finde es aber ziemlich cool. Also eine wirklich schön gemachte Figur. Ihr seht das schon richtig, richtig toll. Dieses Glänzen. Sehr schön. Kommen wir mal zur Beweglichkeit. Die ist wie bei den ganzen anderen Power Rangers. Vorwärts, rückwärts geht nur ein ganz bisschen mit dem Kopf. Links und rechts geht natürlich super mit dem Kopf. Das ist gar keine Frage. Reicht aber aus, kann man gute Bewegungen machen. Dadurch, dass die Schulterpolster so weich sind, habt ihr auch keine Probleme mit den Ärmchen. Da könnt ihr auch alles machen. Da gibt es halt dieses Gelenk so nach vorne und nach hinten. Das ist ziemlich cool. Das könnt ihr euch mal angucken. Hier seht ihr, da ist dieser Balljoint sozusagen. Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Ganz, ganz viele Bewegungen mitmachen. Dann habt ihr halt die Möglichkeit, den Arm hoch und runter zu machen. Ihr habt hier noch eine Drehung mit drin. Ihr habt ein doppeltes Ellenbogengelenk. Und natürlich, die Hand kann man drehen und ein bisschen nach innen und nach außen machen. Und da ist also richtig viel möglich. Das ist ziemlich genial. Gefällt mir sehr, sehr gut. Andere Arm, genau dasselbe. Keine Frage. Dann habt ihr natürlich hier diesen Oberkörper-Crunch sozusagen. Ihr könnt dann auch ein bisschen nach links und nach rechts gehen. Die Figuren haben keine Hüftartikulation. Aber das könnt ihr halt mit diesem Oberkörper-Beweglichkeitsmodus hier ein bisschen ausgleichen. Und dann hat der hier, weiß ich gar nicht, hat der das auch? Man sieht das nicht wegen des Gürtels. Aber der hat das auch doch hier. Der hat auch noch diese weitere Oberkörper-Bewegung, wo du die Eps im Prinzip noch crunchen kannst. Kannst du ihn so richtig nach vorne beugen oder richtig nach hinten machen. Das geht. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, Beinbewegung. Was haben wir da? Nach links und nach rechts. Ein Spagat kriegt er nicht hin. Das ist ein bisschen gehindert durch die Rüstung, durch diese Seite hier. Nach hinten geht bei diesen Figuren aus irgendeinem Grund nahezu überhaupt nicht. Da ist aber der Popo im Weg. Das haben wir schon bei allen anderen Figuren auch gesehen. Nach vorne geht aber ganz gut. Hier natürlich auch nicht ganz so weit. Man muss mal ein bisschen tricksen, indem man das Bein so ein bisschen dreht. Dann kommt man weiter nach oben und kann auch einen richtig schönen High-Kick machen. Von wegen... Geht alles. Gar kein Problem. Dann kann man das hier oben drehen. Das ist gar kein Thema. Man hat hier eine Bewegung im Stiefel. Das kann man drehen. Das habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen locker gedreht. Du hast ein doppeltes Kniegelenk. Das ist auch ziemlich cool. Und du kannst natürlich den Fuß ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten machen. Wobei das relativ gehindert ist. Es geht ein bisschen, aber es ist nicht so viel. Aber ihr habt wieder die Möglichkeit, die Füße nach links und nach rechts weg zu knicken. Was halt gute dynamische Posen erlaubt. Das finde ich ziemlich genial. So, dann stellen wir den Kollegen mal wieder hin. Und gucken uns mal das Zubehör an. Was hat er denn an Zubehör? Ja, der Charakter Nate Silver ist der Gold Morpher. Gold Morpher... Nee, wie heißen die Kollegen? Beast Morphers Gold Ranger. Nate Silver ist der Charakter. Und tatsächlich, das Gesicht haben sie relativ gut getroffen. Aber der Charakter trägt eigentlich in der Serie eine Brille. Ich weiß nicht, ob er sie immer auf hat. Aber an sich trägt er eine Brille. Die haben sie hier jetzt nicht mitgestaltet. Warum nicht? Keine Ahnung. An sich müsste der Junge eine Brille haben. Und hier sehen wir ein richtig schön gemachtes Gesicht. Aber hier hat die Figur auch einen kleinen Schwachpunkt. Denn ihr seht das hier unten am Hals. Ich glaube nicht, dass der Charakter so einen Kinn hat. Deswegen, das ist ein bisschen komisch. Aber man kann den Kopf halt ganz locker tauschen. Und dann sieht es auch ziemlich cool aus. Da würde man das wahrscheinlich noch nicht mal sehen, weil das dann unten ist. Deswegen gar kein Problem. Finde ich aber cool. Ein Ersatzkopf oder ein zweiter Kopf, dass man die unmaskt hinstellen kann. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Natürlich hat der Kollege auch wieder Hände dabei. Kein Power Ranger ohne extra Hände mit wunderbar schönen langen Packs. Und hier haben wir auch dieses von wegen Metal-Leute. Das hat er mit dabei. Das ist gar kein Problem. Er kann hier so die Power Rangers Pose machen und noch eine Faust. Das geht auch. Gar kein Problem. Zwei wunderbare Hände sind mit dabei. Sehr, sehr schön. Dann gibt es hier diesen kleinen Blaster. Der ist wirklich niedlich. Das ist halt so ein Mini-Blaster. Dem kann man ihn auch direkt in die Hand geben. Das machen wir mal. Hier hat er wieder so ein bisschen den Trigger-Finger. Das finde ich bei diesen Figuren immer ziemlich cool, dass sie halt so einen Finger immer ein bisschen weiter vorne haben als die restlichen Finger. Dadurch sieht das dann immer so aus, als würden sie wirklich den Abzug bewegen. Hier kann man das vielleicht sogar noch in den Abzug reinschieben so ein bisschen. Ja. Wenn man ein bisschen fummelt, geht das wahrscheinlich noch besser. Na, es geht doch. Es sieht doch super aus. Schaut mal. Na, und schon hat er den kleinen Mini-Blaster in der Hand. Na, und kann hier so Blaster-mäßige Bewegungen machen. Das ist ziemlich cool. Na, jetzt steht er da schon da mit seinem Blaster. Und dazu haben wir auch noch ein wunderbares Schwert. Schwerter gehören bei dem Power Rangers immer dazu. Auch dieses ist diesmal relativ gut bemalt. Es sieht im ersten Moment so aus, als wäre es nur einseitig bemalt. Na, so richtig bemalt. Aber das soll wohl so. Das ist irgendwie wahrscheinlich wieder so ein Schwert, das eigentlich ganz klein ist. Und dann erstmal so klack, 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 klack in 1000 Richtung ausfährt. Das sieht hier auch so aus. Na, und so sieht halt die andere Seite aus. Sehr schön von der Bemalung her. Ich finde das glänzend total toll. Das gefällt mir. Also das haben sie recht schick gemacht. Und, und das ist eine Besonderheit bei diesen Figuren von Hasbro, die haben immer diesen Spezial-Effekt mit dabei. Und dieser sieht immer super aus. Schaut euch das an. Schön durchsichtig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier in diesem Fall habe ich eine Weile gebraucht, um rauszufinden, wo der hingehört. Bis ich dann das Loch da in der Mitte entdeckt habe. Und das Ding kann man hier nämlich, zack, auf das Schwert stecken. Und dann sieht das wirklich actionmäßig aus mit dem Schwert. Und das Schwert kann man ihm hier so in die Hand geben. Wir machen das mal andersrum. Na, denn auf der Packung ist das nämlich auch andersrum. Da sieht das nämlich auch so aus, als wenn das Schwert dann andersrum hält. Und ich kriege es mal wieder nicht hin. Na, aber das geht. Ist ein bisschen schwierig bei den Figuren, weil die Finger sind halt fest, ne, relativ. Und da muss man dann so ein bisschen fummeln, bis man das hin hat. Aber es geht. Es geht. Es sollte gehen. Sollte kein Problem sein. Eben habe ich es auch hingekriegt. So, da haben wir es schon. Siehst du. Na, und dann macht er halt hier, ne, die eine Hand so hoch. Und dann macht er hier so ein bisschen. Na, ein bisschen Posing ist halt möglich, ne. Gerade auch dadurch, dass ihr halt die, die, äh, die Füße so ein bisschen schräg stellen könnt. Da könnt ihr so ein bisschen was machen. Na, dann könnt ihr hier so ein bisschen. Na, dann macht er hier den Arm so hoch. Und macht hier so ein bisschen, na, 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 den macht er vielleicht runter. Na, guckt dann so ein bisschen schräg. Und dann macht er hier einen auf, einen auf Action Man hier. Ja, sehr schön. Na, so, Schwert sitzt. Hast. Na, dann macht er hier die Action. So ungefähr. Na, ein bisschen breitbeinig stehen die Jungs dann ja immer da, wenn sie dann hier Action machen. Na, und dann kann man hier so ein bisschen vielleicht noch nach oben gucken. Und dann sieht das schon ziemlich cool aus, ne. Wenn er dann da so steht in Pose. So kann man sich den dann ins Regal stellen. Gar kein Problem. Sieht super aus. Ne. Macht richtig Spaß. Und das finde ich schon ziemlich genial. Also, ne, dieser Power Ranger wieder mal ein absolutes Highlight aus der Reihe. Ziemlich cool. Auch dieser Ranger sieht wieder absolut fantastisch aus. Ich finde den richtig, richtig cool. Die neuen Hasbro Power Rangers sind einfach in meinen Augen extremst geil gemacht. Und ich bin gespannt, was da noch so kommen wird in nächster Zeit. Ich freue mich, dass ich die Figur habe. Wirklich cooles, cooles Teil. Ne, und wenn ihr auch sowas haben wollt, dann schaut euch im Spielwarenhandel um. Oder fragt den Comic-Händler eures Vertrauens. Da werdet ihr sicherlich fündig werden. Ansonsten könnt ihr ihn auch online bestellen. Gibt es auch ganz, ganz viele Quellen. Und, ja, wenn ihr Bock habt, schaut euch demnächst die Overwatch-Videos an. Da kommt ein bisschen was. Ne, schaut euch die anderen Reviews zu den Power Rangers auf dem Kanal an. Schaltet beim nächsten Mal generell wieder ein. Ich mache auch noch andere wunderbare Videos. Ne, und ihr kennt das Spielchen. Lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Lasst Kommentare da. Drückt die Benachrichtigungsglocke. Und, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wieder anschalten. Richtig cool. Power Rangers, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Richtig cool.